Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Irgendwo im Nirgendwo. Urlaub. Moment. Zusätzliche Materialien. Auszug aus... Die Ergebnisse sind unglaublich, aber das Tempo, mit dem wir dadurch Entdeckungen machen, umso mehr. GO14 kopiert unsere Sprache, aber nach mehreren Tests haben wir festgestellt, dass bestimmte Wörter in seinem Vokabular fehlen. Wir haben diese Wörter isoliert und mit esoterischen Texten aus den frühen Tagen der Behörde verglichen. Wir haben herausgefunden, dass diese Wörter eine Reaktion in gewandelten Materialien hervorrufen, wenn man sie in besonderen Formationen arrangiert und in verschiedenen Geschwindigkeiten sowie Tonfällen wiedergibt. Wir haben diese besondere Wörtersequenz, eine Formel, wenn man so will, mit den anderen gewandten Objekten im Untersuchungssaal getestet. Es konnten verschiedene physische Reaktionen festgestellt werden. Die Erfolgsrate lag bei 82%. Wir haben bewiesen, dass Wörter diese Gegenstände konkret beeinflussen können. Besondere Anwendungsfälle müssten erforscht werden, möglicherweise für Verwahrungs- oder Identifizierungszwecke. Das wird unsere zukünftige Herangehensweise drastisch ändern. Man bedenke nur, dass es noch mehr solcher Wörter zu finden gibt. Was haben wir bei Multimedia? Ah. Ei, 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 ei. I know what the fuck did you up, Alter. Was ist hier los? Was ist hier los? Is hier los? Auf der andere Seite wird. Die Content ist hier los. Was bin ich denn? Was habe ich in deinえば? Ja. No, 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 no. But don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. Wer zum Fick ist das? Einer der verwirrendsten Charaktere in diesem gesamten Spiel und es gibt viele davon. Wir haben neun Punkte. So, jetzt ist die große Frage, was machen wir mit neun ganzen Punkten? Ich würde gerne das hier machen und mach's einfach. Dann mach ich noch das und ich mache das und dann bleibt ein Punkt übrig. Aber wir haben das hier alles komplett. Das ist nice. Wir haben das komplett, wir haben das komplett. Das sind für mich erstmal so mit die wichtigsten Sachen. Das nächste, was ich jetzt angehen würde, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir noch bekommen, sind das und das. Das wäre noch ganz cool. So, wir können in der Astral-Werkstatt jetzt die Jetons feststellen. Das machen wir, weil das wäre auch noch ne Sache, die wir machen können. Wir haben jetzt fünf Jetons. Und eine Sache möchte ich gerne noch gucken. Und das ist hier hinten irgendwas. Außer nichts. Ne, da ist nix, okay. Ey, ganz ehrlich, es wäre halt eigentlich übelst witzig, wenn hier irgendwo was versteckt wäre. Irgendein Item. Irgendwas krasses. Oder ein Gegner oder so. Das wäre schon krass. Aber, naja. Wir schauen mal. Ich habe, glaube ich, jetzt auch die nächste Mission einfach. Die geht ja weiter. Oh, was hier geht zum Stadtmodell von Ordinary. Oh. Oh. Ist das das Ende vom Spiel? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch hier hingehen, weil da kriegt man ja auch noch was für. Erstmal noch Ordinary. Oder so. Ähm. Ja, ich könnte jetzt die Jukebox noch machen. Warum bin ich hier hingelaufen? Funktioniert das Ding überhaupt? Äh, ich bin voll blöd. Oh, jetzt bin ich da hinten hin. Oh, jetzt bin ich da hinten hin, Junge. Das ist doch übelst nervig. Ähm. Ähm. Ja. Die Jukebox würde ich gerne noch machen, weil ich gerne wissen wollen würde, was das ist. Beziehungsweise was heißt, was das ist, was man da machen kann. Mit den einzelnen Jetons und so. Ja. Ähm. So. Wir müssen... Äh. Ja, stimmt. Ordinary. Da, 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 da. Dahin. Dann sind wir nämlich auch beim Ordinary AVE. AWE. AWE. Wie auch immer. AWE gibt's gar nicht. Ja. Gegner besiegen gehe ich mal von aus. Wie immer. Machen wir. Bin dabei. Bei einer Sparm in die Fresse. Ah! Wo ist das Ding? Die schießen immer drauf, aber ich weiß ja nicht, ob mir das was bringt, ehrlich gesagt. Oh, jetzt kommen die Boys schon wieder, die gehen mir hart auf den Sack, ne? Die hasse ich ja, wie die Pest. Done. Okay. Oh, das war ja easy. Dann können wir wieder zurückgehen. Oh, was haben wir denn da noch? Oh. Oh, warum macht er das nicht direkt auf? Das ist doch blöd. Artis Blockhütte. Schön. Oh. Egal. Wayne. Ja gut, jetzt ist die Frage. Mach ich jetzt noch das mit? Hm. Da ich nicht weiß, ich glaube nicht, dass... Ist es das Ende? Ist das die letzte Mission von dem Spiel? Ich bin mir nicht sicher, deswegen wir machen jetzt noch die Jukebox einfach. Ähm. Allerdings habe ich keine Ahnung mehr, wo die ist. Fuck. Ah. Da haben wir dich. Nein. Ach so. Oh Gott. Oh. Ich habe elf Stück. Okay. Hätte ich mir gar keine machen müssen. Egal. Waffenschadenspieler und Gegner... What? Noch verfügbar bist du? Bla bla bla. Herausforderung der Expedition. Waffenschaden. Spiele und Gegner. Minus 65%. Okay. Alter. Let's do this. Das sind so ein bisschen Bonus-Sachen, ne? Ganz ehrlich, die spielen wir durch. Die Jukebox. Jedes Lied wird geplayt. Und jetzt... ... ... Can you help me please? Okay. Waffenschaden. Ne? Muss man bedenken dabei. Wir können ja noch anders Damage machen. Weil das Baller wäre immer noch gut rein, ne? Oh Gott, ach so. Ich dachte gerade, was ist das denn? Nur ein normaler Typ. Ich bin mir ja nicht sicher... Macht man hier dann auch irgendwas so am Ende, oder? Ja, nicht so. Ja. Wir gehen einfach weiter hoch, ne? Was soll's? Hm. Alter, was hält denn der aus? Das ist auch so'n Typ, okay. Ja, dann macht's Sinn. Schau. Kann ich den auch noch mal? Komm, der ist jetzt weiß. Ich muss jetzt da auch mal drin stehen bleiben. Schau. Schau. hier ist noch so eine kugel kleiner penner für den forscher leuten gerade ich nehme mich mal kurz ein gott oh gott hilfe heilung ein alle man kriegt die ganzen auf die was oder gar nicht ich weiß Ja hey ne Holy crap So tschüss Holy moly Allah Da ist ja noch einer Wie kommen denn hier War's das? Das war's wohl Hier war so ein Ding aber nicht Ah hier ist noch sowas Okay Dann machen wir das auch Das war's wohl Belastend Hier bitteschön Der alles zurück der Arsch Ah die Lampen zeigen an Wie viele Phasen es gibt Ach lol Okay Lol Alter jetzt verstehe ich's Oh erstmal drauf kommen du Da muss man ja erstmal drauf kommen ne Ich muss da einfach nur drin stehen bleiben Okay Das ist ja easy Ist das schon ganz oben? Äh Nee Aber wobei doch Ich denke mal das Ding ist fertig Kommt man eigentlich hier oben noch weiter rauf? Ah ah wobei könnte sein Oh was bin ich hier auch nu? Krieg mir auch nix Hm Ja nice Und jetzt Habe ich es wohl geschafft? Und gehe jetzt Davon aus Ich muss zurück Und dann die anderen machen Absolut keine Ahnung Ich dachte eigentlich Das wären so kurze Sachen Du gehst da hin Und dann ist es halt vorbei Und dann weiß ich Bescheid Aber offenbar ja nicht Aber jetzt kann ich überall hin Aber Ja Weil soll man mir das bringen Das wird schon cool Gehe ich zumindest von aus Dass es cool ist Aber wozu denn die anderen Sachen Das verstehe ich nicht Ciao Cool Cool Aha Ja ja Du Starkes Stück Ich habe keine Ahnung Muss ich hier irgendwas finden Oder ist das Ja Das verwirrt mich gerade ein bisschen Hm 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 Kommen die Steine eigentlich wieder Wenn ich zurück möchte Hallo Steine Could you please come back Ne Das heißt Hier gibt es Irgendwas Das muss ich lösen Eine Art Rätsel Oder so Aber was für eins Aha So Hier gibt es gar keinen Strom mehr Für niemanden Was ist denn das da hinten Keine Ahnung Keine Ahnung Hm Okay das verwirrt mich Hier ganz massivst Oh no Lol Okay jetzt Okay jetzt mich halt hier oben. Cool. Okay, bringt mir absolut gar nichts. Was kann ich denn hier machen? Hm. Ja. Spannend. Das Checker, glaube ich, nur nicht, weil ich hier machen muss. Oh, mal ganz dumm, ne? Hoch. Hier sind ja überall diese Kabel, aber... Das ist einfach weg, okay. Ich würde jetzt mal vermuten... Achso, ich muss hier was drücken. Aha. Gut, dass ich erst mal 20 Minuten geguckt habe, was ich hier machen muss. Als ob die den nicht trifft. Weg. 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 Ich finde, das macht sehr wenig Schaden. Raketen-Boy, Alter. Ich hasse dich. Ne, du bleibst jetzt hier. Dich mache ich jetzt weg, Junge. Das ist eine Frechheit von dir. So. Arsch. Hilfe, ich bin gefangen. Nee, doch nicht. Arsch. Okay, nächste Runde. Du kommst mal schön auf meine Seite, Bro. Danke. Oh, ich habe die Rakete aufgefunden. Geil. Es sind einfach viel zu viele da, ne. Ich muss es einfach so sagen. Oh mein Gott, ey. Es ist ja auch alles anstrengend hier mit denen. Wo ist denn der Dude eigentlich hin? Der ist doch nicht tot, oder? Oh, da ist er. Ich kann fliegen und du nicht, du blödes Arschgesicht. Also ich kann auch nicht fliegen. Ich wollte dich nur... Was schon? Jetzt geht er da hin. Na klar, geht er da hin. Geht er da überhaupt hin? Ja. So, auch weg. Und jetzt? Cringe ist das... Oh, Alter. Er ist ganz schön belastend mit euch allen hier. Der braucht halt auch so viel Schatz jetzt, das ist krass, ne. Hä, ausgerichtet, du Arsch. Alter, ich habe halt überhaupt keine Power gerade. Wie willst du? Krass. Nee, das Ausweichen, das kostet halt, ne? Aua. Meine Frise, ey. Loll. Okay. Alles klar. Nur ihn weg. Hier sind noch mehr von denen. Oh Gott, Aua. Cool, dass ich den nicht einmal getroffen habe. Ich finde es, ich, also, ich finde es gut. Es kommen einfach noch mehr, geil. Geil. Ich finde das gut. Ein bisschen Mäusekot. Tut so gut. Oh, da habe ich die Leiche genommen. Die wollte ich gar nicht. Boah, da. Hier. Wow. Das war awesome. Geht's der Guide-Dude da? Ja. Ich brauche ja schon so übelst lange, um ihm überhaupt irgendwas abzuziehen. Das ist ja schon verrückt. Hier, Schubkarre ins Gesicht. Oh, das hat, glaube ich, noch gesessen. Alter, wie schnell der dieses Drecks-Scheiß-Schild wieder aufbaut, ne? Meine Güte da. Aber ich habe was bekommen, was ich brauche. Okay, im Grunde ist es einfach nur sowas hier. Ja, okay. Ja, ist ganz nett. Du kriegst Materialien und sowas. Das ist ganz schön. Du kriegst auch ein bisschen Echos, aber naja. Ja, wobei, vielleicht... ...löst sich das hier immer weiter auf. Weil da ist ja noch irgendwas hinter, ne? Jetzt bin ich aber mal hier... Weil jetzt muss ich alles machen. Jetzt geht die Folge übelst lange, aber ist egal. Das würde ich jetzt wissen. Aber hier war ich, glaube ich, schon, ne? Auf dem... Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen müsste dann. Da piept's. Ja, mach doch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hab ich. Lol. Puh, weg hier. Da ist mir aber einiges um die Ohren geflogen, du. Okay, dich nehme ich mal kurz auf meine Seite. Boah, weiß nicht aus. Sack ist, ich geh weg. Boah, Alter, belastend, ne? Hey! Na, mein Kumpel. Was geht? Hab ich den schon gemacht? Da. Okay. Ja, den krieg ich aber hin. Bis zum Ende durchkommen. Nice. Eins, zwei, und bitteschön. Ist doof ist, dass hier gleich irgendwo einer hochkommt, glaube ich. Ah. Ne, hä, was ist jetzt los? Ist die Zeit abgelaufen? Hat man nur eine halbe, okay. Kann ja sein, dass man tatsächlich nur eine halbe Stunde hat. Ich hab keine Ahnung. Aber das war die Jukebox, die mach ich vielleicht ohne Aufnahme einfach mal, äh, gucken. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch. Ich bedanke mich an der nächsten Folge, auf der Seite mit der Weihnachter, äh, keine Ahnung, was ich gesagt habe. Äh, tschau. Amen. Ja, wie ist die Frau. Was schon so big.